So ihr Lieben, zurück auf Lascaus Reflection und willkommen. So, dann hauen wir uns gleich mal unser Zeug rein. So, und es geht weiter mit Leveln. Auf jeden. So, alles reinhauen, alles was wir haben, hauen wir rein schnell. Ach, was ich wirklich vergessen habe, den Club aufzumachen. Dann hätten wir den Club, naja gut, gut, lassen wir ihn weg. So, und zwar haben wir jetzt, kein, doch haben wir drin. Oh. Oh, so. I follow level. Oh, mein Geist, ist das nicht so gut. Dankeschön. Oh Level in your mind So, und zwar suche ich eigentlich, äh, einen Bogen. Okay, gut. Aber im Vordergrund steht ja das Limmel. Im Vordergrund steht das Limmel. Ja, na Mausi, da bist du zu langsam. Ich kann mich auch nicht erinnern. Gut, da weiter. Ich gucke mal noch, äh, ein Buch. Hier wird dann noch Plus. Ah, da. Ist das einer? Hm, go, 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 go. Nee, ach. Ach, doch, joh. Nee. He? Okay, gut. Haben wir keinen gekriegt. Gut, gut, das ist da. Gut. Ja, gut. Dann machen wir das halt dann. Wir leveln jetzt erstmal durch. Dann mach ich dann offline. Ach, jo. Oh, ja. So. Jetzt haben wir ihn. Hahahaha. 21 werden. Ne? Warte, 21. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ja. Gut. Weiter geht's. Ah. Oh. Das müssen wir nehmen. Nein, nein, nein. Die Hand auf jeden Fall. Mitnehmen. 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 Und jetzt mal auch gleichweil auch. So. So. Das sind wir schon mal. 17. Ich hab mal ein Dorn angemacht. Dass es nicht so langweilig wird mit meiner Stimme. Sollte es zu laut sein, dann müsstest du es euch anhören. So, schnell, 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 pass mal rein. So. Ja, sind wir schon mal in 118, ne? Geht doch ruckzuck. Sag ich mal. Was mich eigentlich ärgert, dass ich den Club nicht playoff gemacht habe. Ach. Blöde. Eilig. Den Club nicht. Aber ist egal. Es geht ja jetzt ums Level. Es geht ja nur ums Level. Wie schnell mal hier voran. Ja, wie ist es denn? Wenn man trifft, dann geht es schnell voran. So, noch ein Level geht, dann macht die Waffe mal noch schnell. Plus. Dann plusen wir mal die Waffe noch schnell. So, jetzt müssen wir mal schnell die Waffe ins Waffe. Und schnell müssen wir in der S. Ja, ja. So, dann müssen wir mal schnell bis 18, dann geht es gleich weiter. Moment, Moment, Moment. So, schnell, bis 18. Kann man alles nebenbei machen. So, jetzt müssen wir mal schnell, äh, so mal 8 Uhr. Ja, mit HS ist es eben, ähm, weil immer plus, plus 1, so. So. Mit Ruhen geht es natürlich dann schneller. Ist ja klar, wisst ihr ja auch. So, das schnell und das noch schnell und, ja komm. So, 17 mal eh, los. So, nochmal 18, so, zu, Inventor und dann machen wir schnell noch das hier. Schnell, sag, ja, ja. Sag mal, hab ich eigentlich, nee, hab ich gar nicht drin. Hm, da wird es ja noch schnell, okay. So, jetzt habe ich es drin. So, ab, los, weiter geht's. Komm, 140 müssen wir machen hier. Werden wir hier nicht schaffen, weil wir sind ja dann grün oder blau oder so. Ist aber muss, wir machen mal schnell. Wir sind, es geht eigentlich alles relativ schnell. Oh, aber das, äh, jod, jetzt, äh, das wirst du mitnehmen. So, so, dann geht's gleich weiter, 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 wo sind sie denn? Und ich hänge, ja, ja, ja. Nehmen wir gleich die Heidi. Wir sammeln nix, wir, naja, gut, bis auf die Hände und eventuell, wenn du da liegst, die nehmen wir mit, aber ansonsten sammeln wir nix. Gut, ich habe die Waffe jetzt gesammelt, aber bloß, weil ich zufall war, sie vorher zu kaufen. Mein Empfehlung, könnt ihr euch alles vorher kaufen, die Waffe? Ich habe die Waffe jetzt schon mal wieder auf die Hände. wir nehmen es jetzt nicht mit das osterei weil wir haben ins trennen wir wollen ja Es geht vor allem. Ich dachte, ich stand. So, 127. das nehme ich trotzdem jetzt 28 es geht vor allem die 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 Fehlte ja nicht eigentlich, ja, ich wollte schon sagen, ihr fehlte ja. Ah, jetzt kriege ich mich nicht, ne? Gut. Okay, dann noch mal schnell. Etik. Nein! Hallo? Nein! Hallo? So. Wie gesagt, das ist nur ein reines Level-Guide, den Rest mache ich alles offline. So, 130. Oh! 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 Das ist ja. Und ihr seht, hier haben wir in knapp 15 Minuten Hammer. Boah! Mega Level gemacht. Also von daher. So, und damit, stelle ich mich hier in die Ecke und beende erstmal das Video und hoffe, es hat euch gefallen. Bewertet es mit einer guten Bewertung und ja, dann bis zum nächsten Video und ich sage erstmal Tschüss! inded ist nun vorbei einfach alle glasen班 und ich werde gerne leur kidnapped. nochmals am wenigen, manchmal geschieht, was ich jetzt hier binrebigenisto.